Hey, kann mir jemand erklären, und das war dem Mann offensichtlich ein echtes Anliegen, kam drei, vier Mal vorher, kann mir jemand erklären, warum in 2. Samuel 14, 27 gesagt wird, dass Absalom drei Söhne und eine Tochter hatte, oder hat, aber in 2. Samuel 18, Vers 18 Absalom sagte, dass er keinen hat, keinen Sohn. Erstmal schauen wir uns das Problem an, in 2. Samuel 14, 27 heißt, drei Söhne hatte Absalom, und eine Tochter namens Tamar, sie war eine sehr schöne Frau, also wie viele Söhne hatte er? Drei. Dann vier Kapitel später heißt es, Absalom hatte schon zu Lebzeiten einen Gedenkstein für sich errichten lassen, denn er hatte sich gesagt, ich habe keinen Sohnen, in dem mein Name fortleben könnte, deshalb gab er dem Stein seinen Namen. Er steht bis heute im Königstal, und man nennt ihn den Absalomstein. Jetzt gibt es zum einen die Theorie, dass es keinen Sohn gab, der den Namen Absalom hatte, und dass deshalb er dem Stein den Namen Absalom gegeben hat. Das, glaube ich, ist nicht ganz den Hintergrund verstanden, würde eine Lösung geben dafür, aber um, dass der Name fortleben könnte, da geht es nicht nur um den Namen an sich, sondern da geht es wirklich um die Familienlinie sozusagen. Wo ist das Problem zu sehen, oder wo ist die Lösung zu finden, vielleicht sagen wir es so. Das ist vier Kapitel später. Ich würde davon ausgehen, dass einfach diese drei Söhne sehr vorzeitig gestorben sind, und deshalb diese Söhne zu dem Zeitpunkt nicht mehr da waren. Warum komme ich überhaupt auf so eine Idee? Nochmal zwei Kapitel vor Kapitel 14, nämlich Kapitel 12, ist diese Geschichte mit David und Bathsheba, wo David und seine Familie verflucht wird von Gott, weil er so etwas Schreckliches getan hat. Und da heißt es, darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen. Also es wird dem David gesagt, in deiner Familie wird es immer Leute geben, die früh sterben, die durch Schwert sterben und so. Und in diesem Sinne ist es sehr gut denkbar, dass auch die Söhne vom Absalom frühzeitig gestorben sind. Und dann macht diese Aussage, oder ist diese Aussage vollkommen einfach zu verstehen, dass sie dann einfach schon tot waren. In diesem Sinne würde ich da eine Vermutung anstellen, auch wenn es nicht explizit gesagt wird, aber es liegt nahe.